Hi! Willkommen zu einem neuen Video vom Frost Palace. Ja! Okay. Heute machen wir ein Video mit Momenten von BFFs, die jeder kennt. Genau. So. Also wir fangen dann gleich an, bevor wir viel reden. Und ja! Streit! Aua! 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 Meine Scheiße! Was soll denn der Scheiß? Meine Lieber Neue! Meine Scheiße, ich bin richtig erda! Ja, Entschuldigung! Ja, nee, lass uns einfach. Oh ja! Ist gut, ey! Wiedersehen! Aua! Ja! Ich habe mich so gefreut! Oh geil, du bist wieder da! Oh geil! Komm, wir gehen gleich spielen! Gleich sprechen! Hast du dir die neuen Schuhe von Prada geholt? Die haben wir gestern geholt! Die sind voll geil! Ja! Los, komm! Ich probiere sie gleich an! Zu viel lachen! Komm! 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 Lästern! Oh mein Gott! Weißt du was? Gestern hat der hat mit der Simone rumgeknutscht! Was? Ja! Ach, jetzt kommen wir gleich weiter! Ja, komm! Unsinn machen! Junge, was hast du zu können? Sag mal, forst mich mal ohne Schorni! Ich glaub, sag du! Oh mein Gott, guck mal her! Ich halte den Opa hier fest! Komm! Geht doch mal! Lass mich mal! Ruhe! Ja, Ingrid, verkügel den da hinten nochmal! Ja, ja! Fickt euch doch alle! Hallo! Hallo! Wie hat euch das Video gefallen? Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben! Und schreibt uns in die Kommentare, welche Video ihr den habt und was! Wenn ihr noch mehr von diesen Videos haben wollt, dann Daumen hoch!